Willkommen bei News Misoho. Hier sind die heutigen Nachrichten nach intensiver Fahndung. Polizei entdeckte Amokjäger tot bei Höhle in Waldstück. Die Suche nach dem mutmaßlichen Doppelmörder Roland Drexler ist beendet. Die Polizei fand den 56-Jährigen tot in einem Waldstück. Der gesuchte mutmaßliche Doppelmörder Roland Drexler ist tot. Das bestätigte die Polizei am Samstag gegenüber heute. Der Gesuchte wurde im Rahmen einer ausgedehnten Fahndung zu Mittag in einem Waldstück gefunden. Er dürfte sich laut Polizei mit einer Schrotflinte das Leben genommen haben. Die Leiche wurde in einem Graben in der Nähe einer Höhle gefunden. Zuvor hatte Dichter Nebel die Suche bereits erheblich erschwert. Der Hubschrauber konnte nicht fliegen. Genauere Informationen wollen die Behörden am Samstag bei einer Pressekonferenz um 15 Uhr in Linz geben. Wie heute berichtete, wurde am Freitag in der Früh um kurz nach 8 Uhr in einem Waldstück bei Patenreit der VW Caddy des Flüchtigen entdeckt. Rund 250 Polizeikräfte, darunter auch 50 Cobra-Beamte aus ganz Österreich, umstellten daraufhin das Gebiet, durchsuchten auch in den Nachtstunden den Wald. Für die Bewohner im Mühlviertel endet mit der Meldung nun tagelange Anspannung. Rund 50 Personen galten als gefährdet. Sieben Personen wurden sogar rund um die Uhr bewacht. Die Bewohner wurden nach dem Fund des Fluchtwagens gebeten, unnötige Wege zu vermeiden. Vielen Dank, dass Sie sich alle Videos von News Miso angesehen haben. Wenn Sie sie nützlich finden, liken Sie den Kanal, teilen Sie ihn und abonnieren Sie ihn. Wenn Sie sich alle Videos von News Miso angesehen haben, können Sie sich alle Videos von News Miso angesehen haben.